Hallo, ich bin Sabine von der Berufsfeuerwehr in Toronto. Das Motto der diesjährigen Feuersicherheitswoche ist Kenne deine zwei Fluchtwege. Wir ermutigen jeden Einwohner von Toronto einen Fluchtplan herzustellen, da im Falle eines Feuers Sekunden zählen. Als erstes zeichne deinen Plan von jeder Etage eures Hauses, komplett mit Fenstern und Türen. Dieser Plan wird helfen, mit den Kindern zwei Fluchtwege zu erarbeiten, die sie auch alleine nehmen könnten, falls es notwendig ist. Falls ihr in einem Buchhaus wohnt, macht euch bitte mit der Lage der Treppenhäuser vertraut, da im Falle eines Feuers die Fahrstühle nicht benutzt werden können und dürfen. Wenn die Planung beendet ist, übt die Flucht mit jedem Mitglied des Haushaltes. Zeigt uns eure Pläne auf Twitter, Facebook und Instagram at Toronto Fire und benutze Hashtag Plan2WaysOutTO